Also ROPRA Optik wünscht allen Moserern und all unseren Kunden ein fröhliches neues Jahr 2011 mit ganz viel Glück und dass bald unsere U-Bahn endlich richtig schön fertig wird. Also wie schon gesagt, wir sind bei ROPRA Optik in der Pellkuchenstraße. Ebenso bin ich die zweite Präsidentin vom Moserer Faschingsklub. Da haben wir ja auch unsere Hofburg beim alten Wirt drüben. Und somit bin ich voll integriert in den Moserer Faschingsklub. Eine schnelle Beendigung natürlich der Baustelle, dass wir endlich wieder komplett erreichbar sind. Und natürlich ein besseres Vorankommen, Gesundheit, Glück. Alles was wir unseren Moserern-Kunden natürlich auch wünschen.